Willkommen Reisende. Wir befinden uns wieder auf dem Planeten von Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir die Anfangsstadt ein bisschen erkundet, ein Drache aufgetaucht, ein Tempel haben wir schon erkundet und einen Umhang bekommen, mit dem wir gleiten können. Heute wollen wir erstmal die anderen beiden Tempel besuchen und abschließen und danach sehen, ob wir die nächste Aufgabe auch noch direkt im Anschluss schaffen. Abenteuerstufe 16. Welche sind wir denn? Ich will nichts markieren. Wir sind Stufe Abenteuerstufe Achtung. 6. Wie sollen wir das denn machen? Ankündigung. So, da war nichts. Nachricht Paymon. Erläuterung zur Entscheidung. Die Wartung der Platzierungsfunktion der Kanne der Vergänglichkeit. Kanntaler können der Kanne der Vergänglichkeit gegen tolle Sachen eingetauscht werden. Die kommt wohl erst wesentlich später im Spiel denke ich mal. So eine Errungenschaft. Könnte die nicht einfach oben anzeigen. So. Dann müssen wir jetzt mal sehen wie wir das Level höher kriegen. Abenteuerstufe Abenteuerstufe. So die Elementarprüfung geht nicht. Hier können wir uns den Teleportpunkt mal holen und ein paar Monster umbringen. Vielleicht steigert das irgendwie noch unsere Abenteuerstufe. Das hier ist ab 15. Aber der war doch auch erst ab 14. Ja wir probieren einfach mal uns hier hin zu teleportieren, da hingehen. Und wenn nicht können wir uns wenigstens noch den Telepunkt holen. Ich weiß doch nicht warum die hier blau sind. Der ist auch blau. Sehe nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. So muss man hin. Fischjäger. Ne. Super. Da gab es eine Aufgabe. So die ist. Aber da konnten wir doch eben nicht reingehen. So. Das letzte Mal als wir hier waren. Wer die Angst hat. Können wir die Aufgabe nicht annehmen. Oh zubereiten geht aber. Was wollen sie jetzt haben? Einmal Mehl. Einmal Stapel erhalten. Ja. Cool. Zweimal zubereiten. Ich sollte das echt mal lesen. Mehl. Ja. Nicht so gut. Die Aufgabe ist denn das jetzt hier? Würschjäger. Würschjäger. Heißt einfach nur die Aufgabe so? Oder können wir irgendwas herstellen? Was Würschjäger heißt? Wir können nichts herstellen. Das Würschjäger heißt. Warum auch? Manuell zubereiten. Perfekt. Wie im echten Leben. Aber eh für nichts anderes. Können wir uns auch erstmal die Kochkunst jetzt skillen. Gut. Da habe ich nicht aufgepasst. Automatische Zubereitung von Spieß mit Pilz und Hühnchen. Aha. Cool. Kein Bonus. Das reicht, wenn man das mit einer Figur macht. Das ist ja cool. Also völlig umsonst. Ich will hierher. Ja klar. Da gibt es doch bestimmt auch wieder keine. Ich will hierher. Ich will hierher. Man wüsste wie man Aufgaben erkennt. Da gehen wir jetzt da und dann nach Nordost. Also Nordost. Ja da lang. Da rechts hinten ist der Tempel. Aber vor uns leuchtet irgendwas. Scheiße. Schriftrolle. Mhm. So. Drei kann auch noch ein bisschen level. Ein Schild bringt ja mal gar nichts. Jetzt wisst ihr auf welchem Level hier ist. Hm. Hübsche Truhe. Alles einsammeln. Oh, das sind auch noch Sachen. Hm. Jetzt aber. Das ist nur Gen aktiviert. Kann ich nur. Also nicht jedes dieser Kräuter kann man auch wirklich mitnehmen. Aber alles was funkelt, sollte man wohl lieber mitnehmen. Neu noch am Anfang stehen. So. Bau zum Verfolgen. Geht gar nicht raus. Das ist okay. Da brennt's. Brennende Blumen. Kann ich einsammeln? Die brennen einfach nur. Automatisch getauscht. Ja. Ja. Komm her. Kannst du das riechen? Was muss in dem Tempel passieren? Ich denke, es werden Slimes, Hillychurls und was, was dem Strom-Terror extra Kraft gibt. Oh, ja. Es wird wirklich leidlich sein. Oh. Oh. Es ist ein Piddy, dass das Tempel des Wolffs durchgeführt wurde. Der gilt in Japan bestimmt als Schönlenk. Jetzt darf ich vertauschen, oder was? Tempel des Wolfes. Mal gucken gehen, was? Aber wie jetzt schon, was? Gruppenstufe 5. Aber heck. Man kann später nochmal reinkriegen. Das ist eine bessere Belohnung. Ah, okay. Für die Aufgabe geht das auch so. Ja, macht doch. Nur die drei Charaktere. Wen nehme ich mit? So. Abenteuerstufe. Ah, jetzt steht's oben drüber. Richtig gut animiert. Was ist denn jetzt kaputt? Zum Probieren. Ich hab's mir nicht aufgepasst. Ah, wenn ich draufgehe, dann nicht hier. Gut. Diesmal hab ich's gelesen. Hm, wenn ich mich nicht verstanden habe. Das Ende des Tempels sollte da sein. Warte, wie weiß ich das? Heh, Erfahrung. Das ist ein Kind von Erfahrung, die du nach Jahren mit Dingen wie so etwas für andere. Jetzt. In einer genügend lassen Umgebung werden das. Ah, jetzt muss ich irgendwie Wasser aktivieren, damit der das einfrieren kann. Ja, war ja klar. Ja, einfrieren. Gute Idee. Ha, ha. Ah, cool. Das war ja ein special Move. Uh, das ist ja geil. Ich kenne das Flammenwerfers-Helden. Die sind am Laufen. Melde den Flammenwerfer kurzzeitig an, indem du Kyro-Effekte verwendest. Schnell durchlaufen. Einsammeln. Wart noch nicht. Los, los, los. Alles einsammeln. Oh, der ist hinter ihn gesprungen. Das ist ja witzig. Oh, gut. Oh, der ist leer im Windfeld. Vor allem schnell hintereinander, um den Wind aufzusteigen. Ne, da wollen wir hin. So, aktiviert. Öffnen. Ja, wollen wir mal machen. So, und jetzt ein Riesenschleim. Das ist ein Feuerschleim, habe ich auch gesehen. Aber ja, ist ja gut. Boah, hat ja mal gar nicht geklappt. Was will ich die Special-Attacke eigentlich mal einsetzen? Was ist denn das hier? Super. Alles einsam, ey. Noch irgendwas? Ne. Dass man die Kamera schön unabhängig vom Charakter steuern kann und der in die Richtung läuft. Die... Stacheln unter Wasser machen es unmöglich, hier zu schwimmen. Dann werde ich drüber springen. Ja, darf ich nicht. Ah, ja. Hätte er das nicht vor dem Springen erwähnen können. Hm. Ich hätte ja eine paar Sekunden warten. Also, was soll ich sagen? Ah ja, das unabhängige Steuern mit der Kamera ist echt gut. Oh nein. Ach, guck mal, die Tür ist nett. Die geht alleine auf. Ah, jetzt kommt bestimmt ein Riesenmonster. Hätte ich's kaputt machen dürfen. Oh, war bestimmt falsch. Wieso, ich bin ein recht guter Kämpfer. Er ist doch gegangen. Stimmt zwei gesunde Augen und läuft nur so rumrum. Ja, Taverne geht nicht. Die haben Angst wegen dem Demingsturm. Das sind so leid. Ja, wir haben eine andere Trempe aus der Sturmtärer's Grasp. Ich kann mich auf die Rest hier beziehen. Ich kann mich auf die anderen Dinge beziehen. Ich bin ein paar Dinge, während ich da bin. Ich bin ein paar Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Das Anime-Design ist richtig gut. Oh, er ist eine Braut. Oh, hoffentlich ist es eine Braut. Nee, ist ein Kerl. War ja klar. Ist der Schönenling jetzt böse oder nicht? Schleinbar nicht. Klicke Lernbereich vorzufahren. Faktag abgeschlossen. Keion erhalten. Weises Schwert. Oh, warte hier. Die eine hat doch... Hm, ja. Braucht das Schwert. Was? Das ist jetzt die Frage. So. Waffe. Wechseln. Nö, saugt nix. War ja klar. So. Er hat einen Bogen. Ja. Er hat zwei Hände. So, das möchte man auch nicht, dasselbe. Er ist in dieselben. Super. Kann ich nur ihr geben. So kann er das auch nehmen. Oh, er kann das auch nehmen. Rot ist zu der blauen Kleidung. Also, verteidigen. Sechst. Und... Ich... Neh mal den da. Das ist farblich irgendwie besser. Ist auch nicht schlechter, also... Daten. Hinter... Interessiert mich nicht die Bohne. Danke, Hintergrund. Stimme hier. Äh, alle gesehen. Artefakte. Uh, haben wir noch welche? Ich kann ja nur nicht zwei in dasselbe geben. Geht ja schlecht. So. Hm. Sehe ich irgendwie nicht eines im Blaues. Lebenspunkt. Ja, nee. Er kann gepflegt das Ding nehmen. Ja. Excel. Hab ich doch gerade gesagt, oder? So. Ne, Mosh. Bonus. Lebenspunkte. Lebenspunkte sind besser. Ja, da hab ich nichts sinnvolles. Aber egal. So. Ja, Artefakt da. Genau. Blau anlegen. Wo? Ja, dann haben wir jetzt alles. Updated. Haben wir nicht. Da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, weil er neu ist. Ha, ha, ha. Ich muss die Situation bedingt einsetzen. So, wo ist der andere Tempel? Ja. Und. Wir müssen mal irgendwie den Telepunkt holen, ne? Ist ja alles weit auseinander. Nämlich entweder können wir hier durchgehen oder hochklettern. Sonst müssen wir wirklich hier den Weg gehen. Also ein bisschen noch. Oh, warte, kann ich mir da einen Punkt setzen? Verfolgen. Genau. Die Karte nicht mehr klein. Ich hoffe, was wäre. Verfolgen da. Wann jetzt der Weg? Oh, hier einfach hochklettern. Oh, gut. Das ist natürlich cool. Die können einfach klettern. Anderen Spielen geht das nicht. Und so. Ja, ein bisschen nach da. Oh, 13. Wart mal. Noch irgendwie in der Ferneangriffe kann. Wer war? Zwei. Gar kein Schrein gemacht. Was für eine Ballabgabe. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das bringt Feuer. Gegen Feuer bringt mal gar nichts. Ja, wir haben doch Iceboy. Dann mach mal. Tu mal so als ob. Freeze. Gar nichts gebracht. Können wir nochmal friesen? Oh, voll daneben. Daneben gefriest. Der lebt ja immer noch. Was ist mit? Oh, da ist ein Ei. Ach, eine Maske. Schau. Ja, ich kann mich hier auch schnell abblinken lassen. Oh, guck mal. Da ist der so stark. Okay. Na ja, dann war das zwei. Warte, den kann ich anquatschen. Das ist einfach nur stark. Nass verdampfen. Verdampfen. Nichts Feuer gegen Iceworld. Das war was zum Henker. Ich weiß. Was zum. Das ist ein bisschen Schussschuld. Wir runterballern, aber was. Wo ist er denn hin? Das ist ein bisschen Schussschuld. Oh, dort. Echt jetzt. Uh. Irgend so ein Zweig. Hübsche Truhe. Alles einsam. Alles einsam. Der Wurme ist denn jetzt hier ein komisches Symbol auf der Garte. Hat doch die Kiste. Hm. Sie können auch hier sein. Ja, gar nichts. Scheiße, kommt die da hoch? Ich sehe gerade, dass es von der anderen Seite viel sinnvoller ist. Scheiße, wir gehen denen runter. So, wir gehen von der Seite. So. Nach hoch. Dann links. Und dann ist bestimmt wieder gar nichts. Ach, ne. Echt jetzt? Runter. Na egal, holen wir uns jetzt erstmal den Teleporter. Ist doch irgendwas. Das ist ein großes Symbol auf der Garte. Obwohl ich die Truhe habe. Also muss da noch irgendwas sein. Bin ich jetzt mal ganz schwer von oben. Oh, Minze. Minze kann man für irgendwas brauchen. Ah, so kriegt man auch Erfahrungsmute. So. Da oben ist echt was. Hab ich es ja gewusst. Komm jetzt rein. Nicht von hier. Vielleicht soll ich schon wieder irgendwie einen geheimen Trick. Da hin. Ne, da muss ich ja dann auch hochklettern. So geht es schon mal. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, jetzt auf einmal geht das oder was? Ah, einfach ein Stück zur Seite. Okay. Irgend so ein... ...dinger Kugelwassertruppen. ...dinger Kugelwassertruppen. Den Kugelwassertruppen. Den Kugelwassertruppen. Ich glaube, da war doch irgendwas. Ich glaube, da unten in dieses Ding. Oder tut man die einfach in... ...diese Teleporter. Ich habe da irgendwo ein Inventar. Müsste das doch drin stehen. Wassertropfenkugel. Wasser. Was auch immer sein mag. Und dann... ...den Gebilde aus verdichteter Anemo-Energie übergibt es der Anemo-Statue, um ihre... ...um ihre über die... ...ja, auf Leone kraft. Ja, auch so. Anemo-Statue. Das ist doch... ...jeder oder nicht. Aber das sieht verdächtig aus wie ein Teleportspunkt. Das sieht schon ein bisschen... ...unnerst aus. Da, also wenn ich mich da hin teleportiere... ...he ich immer noch ein Stück entfernt, aber... ...könne ja gleiten. Ich glaube, das ist diese Startuhr. Und es leuchtet sich riesengroß. Leiden verbrauchte Energie. Warum? Was ist das noch am Klettern? Ja, wir gehen mal ein bisschen... ...ja. Da ist so ein Wasser-Ding. Gehen wir zwei. Wir schießen auf dieses Wasser-Ding. Oder auch nicht. Ja, falsche Tosse gedrückt. Ja, reicht ja auch irgendwie. Ich werde mal wieder löschen. Müssen ja hier nicht alles anzünden. Was ist denn jetzt dieses... ...und wieder weg. Alter, da geht ein Fußgänger. Hier gibt es ja noch andere Leute. Hm. So. Mal sehen, ob das jetzt auch die Statue ist. Ach, scheiß. Oh, kacke. Nicht jetzt. Statue der 7. Das ist doch ähnlich. Statue angeht. Was? Belorn alles benötigt. Was hab ich da? B ist doch die richtige Statue, oder nicht? B, hier gibt es noch mehr als eine Statue. Kind mit Flügeln. Stufe 3. Jetzt brauche ich 4 von den Dingern. Was bringt mir das eigentlich? Nichts. Guck mal, da ist wieder so eine Kiste. Äh, so ein Symbol. Ist es in dem... In dem Baum? Unter dem Baum? Über... Also hier sind zwei von diesen... Wo einer in dem Baum ist. Ist der unter dem Baum? Kann man tauchen? Gibt's keine Höhle. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Also hier, ich hab doch Eisboi. Dann werden sie auch. Ach du, da muss ich die... Aktivieren, deaktivieren. Willen holen. Ah. Aktivieren. Okay. Wie viele von den Dingern sind hier. Ich will jetzt diese Fee haben. Oh, scheiße. Also ich muss da hochklettern, da runterfliegen. Oder schweben. Oh, pass ich. Da ist auch gleich so ein Tempel. Und beim schweben muss ich das Ding treffen, oh. Ja. Das klappt doch im Leben nicht. Uh, geil doch. Hat gefunst. So, jetzt hab ich das eingesehen. Jetzt sind die anderen auf der Karte weg. Ach, der zeigt immer nur ein... Das ist ja doof. Der zeigt einen an und dann... ...mussst du den erst abgeben. Wenn der ganze Tau beschäftigt. Keine Sorge, wir machen gleich den Tempel. Erstmal jetzt hier gehen. Segen der Stadt. Ah, da bringen. Oh. Der ist doch... Der muss ja dann da oben. Ach, da. Da oben ist er. Ob ich irgendeine Dunkelheit kann? Durch den Anderen. So. Ja, gerade höchstsichtig. Zeichen. Okay. Die Einstellungen auf Ultra trotzdem sind bombdurchsichtig. Oh, gut. So. 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 Drahtuhr. Wer das einmal verstanden hat, gehts ja eigentlich. Darbringen. Oh. Ich denke, alle darbringen. Haha, der zeigt immer nur einen an. Schaff ich's? Ah. Hehe. Ich hab's geschafft. aber hier war doch noch ein dritter auf der anderen straß jetzt hat mich mal interessieren kann die auf 3 ich hab nur so ein energie schild aber der bringt gar nix jetzt möchte ich den an den kommen ist es sich mit dem tempel der irgendwo war heute hingehen wollen ich habe gerade einen bogen auf mich geschossen habe ich genau gesehen 2 gedrückt da oben war doch das ist auch der richtige tempel ein teleport in der nähe müssen wir dran denken das war hier also wenn wir da sind soll ich hier lang gehen um da runter zu springen älter nicht anders dran gut ich seh das ding schon bei mir 1 1 kann bergbau das ist was ähnliches wie bergbau wer drauf einschlagen es ist ganz schön weit weg dieser tempel außerdem müssen wir noch irgendwie oh ne da ist so ein windding was ist denn jetzt kaputt gut dass die schleim einfach so auftauchen wichtige informationen ge älter holz ich kann die einfach umkloppen oder was ist ja witzig so macht man holz hacken man muss schon sagen es ist irgendwie witzig so wo war denn jetzt dieser ich will noch dieses windding nehmen ist ja klar das ist ja da hinten also ein stück höher und dann da rüber da hinten ist ein tor hauptsächlich hier steht wieder keiner rum was das war alles gesperrt wie soll ich den jetzt machen ich hab den doch das zum da ist immerhin noch so ein ah da ist die alte ok jetzt holen wir uns erstmal das blaue ding da oh wildschwein ja ok das ist ein problem ey schon sieht man die andere wieder nicht noch irgendwo einer ich hab die alte vor dem ding aber nicht gesehen ja ich will da jetzt rein los los also können wir jetzt reingehen oh ja dicke zum verfolgen v mach ich ich weiß hier gar nix hm wer weiß nee lisa nee temple jetzt kommen wir rein nr 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 Also hier geht schon mal Licht an, wenn man hoch geht. Und sie ist schon oben, war ja klar. Sie gibt sich Mühe. Ja, also darf alles ich machen. Jetzt bin ich doch sie. Was hatten sie? Das wäre krass, wenn sie jetzt so eine Dunkelheit- Dunkelheit-Fähigkeit hat. Uh, da ist Wind. Also da hoch, da rüber. Da haben wir ein Spiel. So, so. Oh Gott, das ist... Nicht hoch genug. Echt jetzt? Was denn jetzt? Wie zum... Was? Wie habe ich das hingekriegt? Okay. Was zum Henker? Was habe ich denn das gemacht? Ah, ja, was war das denn? Ah. Die Wände sind nicht gut programmiert. Da hat sich eine Wand gefallen. So, jetzt gucken wir vorher nochmal. Da man die Wand ja nicht hochklettern kann. Das war nur dieser eine Windkanal. Sonst müssten wir im Gebäude nach oben und dann rüber. Einen Windkanal hatten wir ja schon. Soweit war ja klar. 1,2, wir müssen hier lang. Außen vor Asche. Die Tür ist zu. So, was hatten die halt jetzt hier? Kann der Lampart machen? So, was war das? Uuh... So, jetzt mal. Die nächste Woche auch beschäftigt. Hey! 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 Hey, hey! 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 ja weiß ich jetzt auch haben wir draußen schon gelernt 20 von einem püroschleimer mach doch was zum henk habe ich gemacht da kann ich wieso kann ich ja nicht noch mal auf diesen soll ich das denn machen elementar fähigkeit gedrückt ja mach doch er klappt auch trotzdem nicht die kiste einpacken moro moro und hier zu einfach mich raten ich darf den ice boy nicht nehmen was ist denn jetzt kaputt wasser unter strom der nächste windkornal ich habe zuerst windkornal gesagt ganz einfach durch die tür kann man nicht durch glitschen blitzen wasser stehen bleiben die elektrische schluss die friktion ist nur ein bisschen weniger schockierend als Liebe am ersten Zeit Limpel mit Kurzschluss ich bin gleich Mäuse tot Was ist das? Was ist draufgegangen? Oh, geil. Wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. Den Endpost schafft man im Leben nicht mit nur 34 Leben. Ich darf bestimmt auch wechseln, oder? Muss ich das mit der durchspielen? Muss das bestimmt mit der durchspielen, sonst gescheitert. Wenn ich nach Hause bin und relaxe. Der Gedanke, meine Füße anziehen und relaxe, hat mich alle gefreut. Ich freue mich nicht, ob ich die Kiste nicht bekomme. Nein. Ah, ist mir jetzt egal. Die meisten in Mondstadt haben sich das vergessen. Jetzt wirst du wissen, warum Dvalon nur weil sie sich zu Beginn konsumiert hat. Ich krieg die Kiste nicht. Kiste, Kiste, Kiste. So. Gut. Automatisch verlassen? Ja, kann man das nicht auch irgendwie... Das ist bestimmt Verlassungs-Circle. Uh, ja. Geht gut. Uiuiui, das hat alles lange gedauert. Gut. Ach ne. Uh. Uh, jetzt kann man die endlich anquatschen, die Leute. Der Sturm vorbei ist. Uh. Die kriegen wir auch gleich. Oh. 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 Es ist gut. Well. All that life. Wanna go back and see all the nights are do? But if you got anything more interesting to do, Paimon. By the way. We obtained another animaculous in one of the four... We might come across more of them in the future. So don't... Was ist jetzt? J. Um Auftragsmenü. Abenteuer Stufe 10. Äh. Das geht überhaupt nicht. Wie kommen wir in der Abenteuer? Das ist mir grad voll Wumper. Oh. Ich hab noch irgendeine andere. Ach. U-Quartier ist redauerndes. So ist alles in der selben Richtung. Naja. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge... Ach. Ist es in der Stadt? Oh. Ja. Gibt auch Sinn. In der nächsten Folge rausfinden. Wir konnten die Prüfung heute beenden. Haben sogar noch ein bisschen Sachen für diese Statue einsammeln können. Zwei neue Charaktere bekommen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Aufraue.